Zudem war die Tarifbindung immer stärker zurückgegangen, nicht zuletzt wegen der Verweigerungshaltung einiger Arbeitgeber und Arbeitgeberverhältnisse, verbindliche Tarifverträge abzuschließen. Wir haben unsere Kampagne seit 2007 für den Mindestlohn getrommelt und siehe nach, steter Tropfen wird entstehen. Nun gilt es bei der Umsetzung des Koalitionsvertrages genau hinzuschauen. Wie wird der Mindestlohn ausgeschaltet?